Der Kinocast Kofalz, machst du da Kur oder was? Tag Handgemenge Handgemenge Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast, ich hab die Nummer vergessen aber wir sind ganz weit voran fast 1000 Willkommen aus der Hauptstadt des Vizemeisters Fußballhauptstadt der guten Laune Hallo Erik Ja hallo Chris Diesmal klappt es Ich entschuldige mich für eine eventuelle Heiserkeit Ich entschuldige mich auch bei allen wenn wir jetzt heute gute Laune verbreiten bei allen, bei denen es nicht so gut gelaufen ist Es trifft halt immer irgendwie wieder welche Glückwunsch an die Kickers zum Klassenerhalt Sorry wenn es heute etwas fußballlastig ist, aber es war ja ganz schön was los heute etwas Dafür waren wir letzte Woche nicht da Einmal muss ich ja sagen trotz dass dass wir Union wegen der Relegation damals und wie sich da die Fans gegenüber unseren Fans benommen haben trotz dass ich die überhaupt nicht leiden kann Ich konnte es nachvollziehen Ich habe es ja dann gestern zu Hause gesehen in der Konferenz also wie die dann so im letzten Moment von der Schippe gesprungen sind das kann man durchaus nachvollziehen wie die sich da gefühlt haben Also ich hätte es ihnen gegönnt in die Relegation zu gehen Hätte ich ihnen auch gegönnt ehrlich gesagt Aber nicht wegen der Mannschaft oder irgendwas sondern wegen diesen Arschloch-Fans die sich damals so unmöglich benommen haben gegenüber unseren Fans anstatt sich einfach zu freuen dass sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte aufgestiegen sind in der 1. Liga in der Relegation damals gegen uns haben die unsere Fans bepöbelt und mit Zeug beschmissen und sowas und das ist einfach scheiße und das hängt denen leider immer noch nach deswegen ja naja gut wir haben aber ein paar Filme mitgebracht und wir hatten ja letzte Woche keine Sendung es ist sogar manchen aufgefallen ich habe sogar Nachrichten bekommen ey was ist los bei euch ja kurzfristig krankheitsbedingt gab es hier einige Einschläge bei uns ja deswegen Kate ist immer noch nicht dabei und ich quäle mich wegen Erik hier durch er hat gemeint ich kriege sonst wieder eine Woche lang kein frisches Wasser im Keller deswegen habe ich gedacht komm ich halt mal mit genau und es haben sich ja einige Filme aufgestaut wir waren deswegen auch wegen Krankheit und wegen diversen anderen Sachen letzte Woche gar nicht in der Sneak Preview das wollen wir wenigsten mal nicht unerwähnt lassen was in der vergangenen Woche in der Sneak Preview in Stuttgart kam da kam der Film Late Night with the Devil der auch richtig getippt wurde sofern ich mich erinnern kann und also war mit bei den Tipps dabei ich habe glaube ich auch geschrieben gehabt so dass dass ich auch glaube dass der der kommt und in diesem Film geht es um den Fernsehmoderator Jack Delroy der sich in seiner Late Night Show Night Owls eine Fangemeinde aufgebaut hat die sich über die ganzen USA verteilt und nach dem Tod von seiner Ehefrau nimmt er sich eine Auszeit und als er wieder zurückkommt stellt er fest dass die Einschaltquoten stark zurückgegangen sind und er befindet sich jetzt in einem direkten Konkurrenzkampf mit so einer anderen Late Night Show mit Johnny Carson glaube ich und um seine Show irgendwie zu retten plant er ein Halloween Special 1977 das sich ausschließlich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt und er hat zum Beispiel einen Hellseher eingeladen einen Magier und ein Sektenmitglied ein ehemaliges Sektenmitglied eine Musikerin und so weiter und plant da auch so ein paar Beschwörungen und sowas zu zeigen und da geht wohl ein bisschen was schief denn während der Sendung berichten da noch einige Zuschauer dass bei denen irgendwas komisches passiert ist im Haus und das sieht man auch schon so in den in den Trailern und ich weiß gar nicht ob das auf einer realen Sache basiert ich meine ich glaube jetzt nicht dran dass da irgendjemand bei sich zu Hause was beobachtet hat aber ich sage mal so in den 70ern ich meine wenn da die Leute irgendwie geglaubt haben dass da irgendwas komisches passiert ist ja könnte natürlich sein vielleicht gab es da irgendwie einen realen Bezug oder sowas es hat leider keiner irgendwie eine Kritik geschrieben weil auch die das Voting ging glaube ich ein bisschen spät online weil wir die Information sehr spät bekommen haben weil die im Spamfilter gelandet ist und so ja aber klingt nach einem ganz interessanten Film hast du irgendwie einen Überblick wie die Wertungen aussehen gerade pendelt zwischen 4 und 8 Punkten tatsächlich ja gut das sind manche die sehr breites mittelmäßiges Feld also die meisten sind bei 5 bisher eingegangen aber wie gesagt zwischen 4 und 8 und ich denke es wird sich bei 5 kann mal irgendwas im Endeffekt ausgehen ja die Weiterempfehlungen also soweit ich das sehen kann haben bis jetzt nur zwei Leute bei den Weiterempfehlungen abgestimmt einer auf traurig und einer auf Daumen ab Thumbs up hier also ja sorry ich hatte letzte Woche englische Gäste bei mir auf Arbeit ich denke immer noch so halb auf Englisch das ist immer ganz schlimm ja es gibt ja manche die mögen prinzipiell keine Gruselfilme oder keine Horrorfilme ich glaube das sind dann die die da so niedrige Wertung geben aber ich muss da gerade jetzt kennst du das von Family Guy mit welchen deutschen Märchen nicht gerade hab ich gerade nicht das muss ich dir mal schicken das ist dieses es gab mal ein Bub der hat die ganze Zeit an seinem Daumen glutscht dann kam seine Mutter und hat die beide Daumen abgeschnitten gute Nacht achso ich grüße jetzt mal ja also die die Strohpeter Sachen die waren schon ganz schön heftig teilweise total ja aber gut es hat uns nicht geschadet oder oder meine Tochter hat auch bloß noch einen Daumen ich meine die Langzeitfolgen man weiß es nicht man weiß es nicht ja also das war Late Night with the Devil der war in der vergangenen Woche die Sneak 1216 in Stuttgart die Woche davor waren wir ja auch in der Sneak haben wir aber bis jetzt noch nicht besprochen in der Sneak Nummer 1215 hier hatten wir in Stuttgart den Film May December mit Natalie Portman und Julian Moore und hier geht es darum mal gucken ob ich alles noch so präsent habe Natalie Portman spielt eine Schauspielerin sie spielt aber nicht Natalie Portman also sie spielt nicht komplett sich selbst sondern sie spielt Elizabeth eine Hollywood Schauspielerin in dem Film und diese Schauspielerin möchte sich auf ihre nächste Rolle vorbereiten das ist so ein kleiner Independent Film bei dem sie die Hauptrolle spielen soll und dieser Independent Film soll einen Fall aufgreifen von vor 20 Jahren ungefähr wo es einen Skandal gab in den USA und sie fährt zu der Frau die im Zentrum dieses Skandals stand und teilweise auch immer noch steht und wir erfahren dann so peu a peu um was es da eigentlich geht in dem Skandal ich ja dadurch dass man das einfach nur so Stück für Stück erfährt ist natürlich so es wäre natürlich alles fast ein bisschen gespoilert wenn wir jetzt ein bisschen was vorwegnehmen aber ein bisschen was muss man schon erzählen also wer jetzt da wirklich ganz heiß drauf ist auf den Film der muss jetzt einfach mal unsere Filmbesprechung mal ein bisschen das sollte sich untersuchen lassen weiterspringen ansonsten ich verrate jetzt nichts was einem die Freude am Film jetzt irgendwie total verdirbt oder so es geht darum dass Julian Moore vor ungefähr 20 Jahren hat sie in einem Tiergeschäft Tierfachgeschäft gearbeitet eine Zuhandlung sie hat ja nicht gearbeitet sie nicht also sie hat doch da eine Gehilfe ja sie ist da hin aber der Junge hat da gearbeitet ach so so war das genau so war das gewesen da hat sie auf jeden Fall einen jungen Mann kennengelernt eigentlich ein sehr junger Mann ich glaube zum damaligen Zeitpunkt war er zwölf oder so zwölf oder 13 ja und sie war 34 und sie hat ihn dort kennengelernt und hat ihn oder sie sagt ja es war so eine beidseitige Sache also dass er sie verführt hätte und ja ist natürlich ein schwieriges Thema gerade auch sowas also eigentlich ist ja absolut verboten also auch wenn wenn es von der Frau ausgeht ich meine so als als zwölfjähriger wenn sich da so eine so eine heiße Frau an einen ran schmeißt das ist für manche vielleicht ganz ganz nett und so aber es ist halt trotzdem verboten es darf halt nicht sein und genau das Thema gerade in den USA ist natürlich auch eine ganz heiße Geschichte ähm mit solchen mit solchen Themen und das gab halt damals einen ziemlichen Skandal sie musste auch ins Gefängnis dann und äh diese Gerichtsverfahren ging natürlich durch die Yellow Press und alles und sie leben auch immer noch relativ da in der Nähe wo das damals passiert ist und sie sagen ja mittlerweile ist alles so halbwegs okay aber man merkt dann wenn Natalie Portman dort auftaucht und auch mit Leuten spricht die die involviert waren oder bekannte Nachbarn und so weiter dass da wohl doch nicht alles so im Reinen ist und ähm darum dreht sich es in dem Film wir erfahren halt dann Stück für Stück immer mehr ähm und dieses Ganze diese ganze Fassade die bröckelt dann halt auch so ziemlich so dieses sie trifft halt die beiden die jetzt natürlich mittlerweile ähm ja 20 Jahre älter sind sie ist äh eben 54 und er ist äh ja auch 20 Jahre älter 32 und sie ist quasi ungefähr so alt wie er damals äh wie sie damals war wie Julian Moore damals war als sie ihn verführt hat und deswegen hat das alles auch noch so eine besondere Brisanz und ja viel mehr will ich jetzt mal doch nicht verraten achso ja doch etwas kann man noch sagen äh Julian Moore hat für den 12-Jährigen damals ähm ihren Ehemann verlassen wo sie auch Kinder hat und mittlerweile sagt sie halt auch ja die verstehen verstehen sich alle gut miteinander alles ist super und so aber wenn Julian äh wenn Natalie Portman da ein bisschen tiefer gräbt das ist halt alles nicht ganz so und ich kann vielleicht voranstellen wir haben da ein bisschen unterschiedliche unterschiedliche Meinungen zu dem zu dem Film das ist vielleicht jetzt für die ZuhörerInnen ganz interessant ähm ja Chris wie fandst du es denn? Katastrophe ich fand den Film von vorne bis hinten fürchterlich langweilig stehe ich nicht der hat der hat der hat wie ich fand null Spannungsbogen also so wirklich gar nicht das ist so ähm ähm ich nehme ja gerne diese Metapher mit diesem kleinen Bergbach oder dem kleinen Bach der durch den Wald fließt der keinem weh tut der halt von sich hin tröpfelt blibblubblub äh ne nicht mal das kriegt dieser Film hin weil für mich ist es einfach so ein bisschen wie Julian Moore in dem Film ähm ein ziemlich trocken liegendes Flüsslein äh es ist ja wie gesagt äh eine total schräge Geschichte es ist total äh Sachen drin wo du sagst so boah das kannst du noch nicht bringen und das kannst du nicht machen und wie die sich eigentlich teilweise auch da verhalten und und wie sich Natalie Portman dann auch verhält und und was da wie und überhaupt und und mit den Kindern und die ganzen unangenehmen Situationen in die man dann auch auch so völlig bewusst reingeht und aber die dann wie ich fand auch so ja fast schon episch langweilig erzählt werden und auch Gespräche die episch langweilig äh ausgedoppt werden boah also ganz ehrlich hat hat mich null gecatcht weil ja von von vorne bis hinten einfach für mich da nicht der wirklich es war für mich kein roter Faden wirklich drin es war so ja wohnt sie dort jetzt dann wohnt sie dort nicht mehr dann ist sie dann hier dann ist sie ja anscheinend ein riesen super Filmstar aber keiner erkennt sie groß oder lässt sie einfach in Ruhe die haben sie auch ganz schön erkannt überall ach komm ich meine gut wenn sie in einem kleinen Indie-Film mitspielt ist vielleicht auch nicht der riesen Hollywoodstar also sie deswegen sage ich ja sie hat ja nicht Natter-Department gespielt ich glaube sie würde überall erkannt werden ja ja aber aber dann halt auch wenn es doch sie hat ja nur in einer Serie mitgespielt ja aber weißt du dann hast du dann hast du vielleicht auch hier wieder irgendwo äh die Presse die vielleicht auch eventuell da Interesse dran hatten im ganzen und nicht mal die war irgendwie dabei groß zu sehen also ich hätte mir das auch vorstellen können dass das da wenn die Presse da das mitkriegt dass die da rumrennt dass da mehr oder weniger auch Leute mal da sind und das war von allem irgendwie nichts also ich fand es super öde einfach und nicht gut erzählt das hat mich null gecatcht das ist etwas etwas überraschend aber wenn man ja weiß also der war ja nominiert auch fürs beste Drehbuch bei den Oscars und was die da trinken die tagsüber Alkohol welcher Film Quizfrage welcher Film der mir sehr gut gefallen hat der dir überhaupt nicht gefallen hat ähm hat gewonnen beim besten Drehbuch dieses Jahr ja der halt auch nominiert war ich hab keine Ahnung Anatomie eines Falls richtig achso ja genau also es zeigt sich halt schon ähm stimmt der war ja auch nominiert und der hat mir Gott war der Scheiße der hat mir auch sehr sehr gut gefallen weil ich mag das halt wenn das so sich nach und nach so ein bisschen entfaltet und man dann so äh dabei bleiben kann man muss halt auch da ein bisschen was mitbringen also muss halt auch da ein bisschen ja man kann da nicht von vornherein sagen ich lass mich jetzt nicht mal berieseln wie bei Fall Guy oder so sondern äh man muss da schon ein bisschen dranbleiben und ähm dem Film auch ein bisschen was zugestehen und das einzige was ich dem Film zugestehe ist die Reggae-Version von das war Anatomie eines Falls ich rede jetzt schon von May, December ähm das ist jetzt kein Film der da so dahin plätschert sondern das sind halt auch so die Nuancen die am Anfang ähm dann drin sind und was ich natürlich extrem stark fand war die ganze Darstellung von dem von dem jungen Mann also der dann natürlich jetzt im Film jetzt nicht mehr so jung mit 32 ist aber wo man dann auch merkt ähm dass es ihn eben doch auch ähm sehr stark verändert hat dass er eben als Kind in Anführungszeichen miss oder was nicht in Anführungszeichen also als Kind missbraucht wurde denn nichts anderes ist es es war zwar wahrscheinlich in dem Moment sehr geil für ihn dass äh dass er dann mit zwölf Jahren so eine heiße Frau dann äh eine ältere Frau ähm aber dass sie dann eben ihm auch die ganze Jugend genommen hat ähm anderes kennenlernen andere andere Mädchen oder irgendwas sondern dass sie gleich so auf äh absolut langfristig da mit ihm gemacht hat und ihm quasi das auch so nahegelegt hat das ist jetzt unsere große Liebe wir wir sind das jetzt wir gegen alle und das fand ich schon sehr sehr stark wie das hier im Film dargestellt wurde und dass das eben auch von Frauen ausgehen kann sowas ähm Kindesmissbrauch das wird ja eigentlich ich kann mich kaum an irgendeinen Film erinnern wo das mal kritisch dargestellt wurde also wenn ich da was weiß ich an American Pie denke hier mit wo die ältere Frau da den jungen Mann verführt ne und so stiffless mom äh genau also das ist ja eher dann so lustig und cool und sowas und jetzt gerade auch so mit dieser ganzen Milfkultur und so weiter ähm deswegen erzähl doch mal mehr über die Milfkultur jetzt bin ich gespannt ich weiß nicht ich kenne ja nur die Autos die draußen nochmal rumfahren diese Mietautos ähm jedenfalls fand ich das sehr sehr gut dargestellt dass das auch mal aus der Richtung beleuchtet wird das ist natürlich wahrscheinlich absolut nicht äh die Mehrheit von Kindesmissbrauch äh wird wahrscheinlich oder bin ich mir ziemlich sicher eher von Männern ausgehen die die junge Mädchen missbrauchen aber die die psychischen Schäden die dadurch entstehen sind halt dieselben ja und man sieht es hier bei ihm auch er versucht das zwar äh zu kaschieren und äh es ist auch am Anfang überhaupt noch nicht deutlich äh es sieht ja aus wie heile Welt und alles so aber das Kartenhaus bricht dann relativ schnell zusammen und ähm ja ich fand es auch sehr sehr gut gespielt von Natalie Portman die die ganzen Aneurysmen von ähm von ähm Julianne Moore auch wirklich so aufgreift ne wenn sie dann selber vorm Spiegel steht und da versucht das so ein bisschen äh zu acten ja wie sie es dann später machen möchte wenn sie wenn sie die Rolle spielt und so weiter und wie sie teilweise auch wenn die zusammen Szenen auf der Leinwand haben wie sie versucht dann zu lernen dabei wie wie Julianne Moore sich gerade bewegt und die Hände hält und sowas ne und ich fand das richtig gut den Film also jetzt kein kein 10-Punkte-Film das war jetzt nicht Anatomie eines Falls oder so aber gerade auch das Drehbuch ähm wie das eben geschrieben ist wie das so Stück für Stück sich äh so enthüllt und trotzdem das Interesse beibehält fand ich schon stark mhm du nicht nein ich weiß das ist wahrscheinlich nicht so deine Art von von Film nein überhaupt nicht also sag ich aber auch ganz ehrlich also überhaupt nicht meins und ist ja schön wenn es dir gefallen hat ich fand es nur einfach ja ich hab mir immerhin hab ich mir dumme Kommentare während das soweit es ging für Kniffen kennst du den Film äh die 12 geschworenen ja magst du den eigentlich den find ich ganz gut den find's gut okay weil das ja auch so Stück für Stück hier mit Jack Warden und Henry Fonda und so ich mein jetzt den alten jetzt da gab es diverse Remakes ja aber der hat mich gecatcht also den fand ich ganz gut fällt mir gerade so ein bisschen ein als ja komisch ähm ja dann muss natürlich das geschätzte Publikum und die geschätzten HörerInnen hier ihr eigenes Urteil fällen das könnt ihr tun nämlich in 11 Tagen das heißt der startet dann nächste Woche am die 11 Tage also am 30. in den deutschen Kinos wenn ich jetzt richtig gerechnet habe heute ist der 19. 11 Tage ja da soweit reicht meine Mathe noch ähm Gott sei Dank ähm ansonsten hätte ich jemanden im Hintergrund gehabt der melden kann euer Grüße an den Hintergrund so ähm mhm oh ich lese gerade das basiert auf einem wahren Fall ähm okay wahre Skandal ja das hab ich während dem Film schon rausgefunden okay achso hast du ja du warst ja ich hatte ja Zeit ich war dabei naja ne also von mir sieben Punkte von dir drei Punkte okay wie sieht es in unserer Gruppe aus ist das auch so gemischt oder ähm in der Gruppe lass ich mal kurz checken ja ich sehe so da hat da haben sogar acht Punkte sehe ich hier ach gibt es einmal zwischen eins und acht ist alles dabei das hat eins wirklich jemand abgestimmt oder ist das so ein Korrektur nein 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 eins gibt es zwei gibt es sechs Leute sechs Leute haben empfohlen vier Leute haben nicht empfohlen also ist so 60% Empfehlung und naja spannend aber ja so ist es halt in der Sneak ist halt schön wenn man auch mal solche Filme sieht natürlich polarisieren gehört voll dazu ich fand es sehr sehr gut und wenn wir immer dabei sind und wir haben die Gruppe offen wie lautet der Hinweis für die morgige Sneak am 20.05. am Feiertag 20.05. dann Pfingstmondag ähm die Sneak Nummer 1217 und der Tipp lautet das etwas andere Jobprofil Erik sind denn da schon Tipps eingegangen ja tatsächlich ich selber hab was getippt nämlich den französischen Film von Vätern und Müttern dann hat der Martin getippt äh Problemista da weiß ich nichts davon und die Julia hat getippt Desserts Desserts hm warte mal da hat es imdb-Link dabei zwei Kleinkriminelle Mehdi und Hamid fahren in ihren zerknitterten Anzügen und Krawatten mit ihrem Auto durch Südmarokko hm Jobprofil hm für eine Handvoll dir haben ist der Zusatztitel klingt ja ganz lustig Südmarokko war ich schon war nicht schlecht Marokko vielleicht sieht man da was was ich kenne ähm okay dann gleich rüber zu den Charts und Neustarts von dieser Woche Kino Charts und Neustarts das war jetzt aber laut ja das ist noch laut wo ich dir vorhin mit dem mit dem anderen Song wo ich dich mit dem anderen Song begrüßt habe Platz 6 in den Stuttgarter Innenstadtkinos in den einzigen offiziellen die ihr nur hier bekommt nicht mal auf der eigenen Webseite von den Innenstadtkinos seht ihr die nur bei uns kriegt ihr die von der Woche äh bis zum 13.5 da war Platz 6 machen wir mal weil da ein Sonderding mit drin ist nämlich Platz 6 ist Challengers Rivalen Platz Nummer 5 ist Chantal im Märchenland ähm Platz 4 ist nämlich diese Sondervorstellung von Matt Opera Madame Madama vielleicht Madame Bovary ich weiß es nicht genau das ist hier so ein bisschen abgeschnitten Platz Nummer 3 The Fall Guy der tatsächlich nicht gut läuft was ich total schade finde ja ja also das ist ja jetzt nicht Platz 1 das konnte ich mir fast Platz 2 ist dafür aber Garfield der neue Film der wahrscheinlich jetzt auch durch die Ferien und so weiter viele Besucher zieht und Platz Nummer 1 Planet der Affen New Kingdom ja da habe ich eine Filmkritik gehört die ein starker Verriss war um es mal vorsichtig zu sagen aber gut ähm es gibt ja viele Fans der ganzen Reihe und das ist ja optisch ja nahezu perfekt wie das mittlerweile gemacht ist ähm ich selber werde da nicht ins Kino gehen aber soll gut sein so was startet denn Neues wir gucken erstmal bei Kino.de da sind die Kinostarts vom 23.05 da startet Furiosa A Mad Max Saga das ist quasi das Prequel zu diesem Mad Max Film den den letzten Mad Max Film der ins Kino kam ähm mit Anna Taylor Joy und Chris Hemsworth und ähm da habe ich wiederum sehr sehr viel Positives gehört der lief nämlich bei den Filmfestspielen in Cannes als also nicht im Wettbewerb sondern als ja Zusatz die zeigen ja manchmal so extra Filme im Rahmen des Wettbewerbs äh und da ist er extrem gefeiert worden Standing Ovations und so wobei man aber vorsichtig sein muss da ist auch Titan gefeiert worden ne also der hat dir nicht so gefallen glaube ich gell uns uns hat er nicht so gefallen ja weil Titan ist das so auf einer Ebene fast schon ne der ist schon noch drunter äh das hätte ich fast was Falsches gesagt ähm ein Actionfilm startet auch noch mit Jennifer Lopez also Jennifer Lopez äh Atlas ein Netflix der startet nicht der läuft auf Netflix da steht Kino statt 24.5 ne der läuft nicht im Kino der läuft auf Netflix läuft der tatsächlich nicht im Kino ne kannst du auf Netflix gucken ab äh 26. glaube ich 26. Mai sicher dass er nicht einen Tag ins Kino kommt ah kann ja euch sein der läuft irgendwo mal aber ich glaube ne aber stimmt hier steht am 24. exklusiv auf Netflix ja nicht 26. okay dann mach ich halt gestern kam eine Werbung äh ab 26. exklusiv auf Netflix hab ich gesehen bei Mask Mask Singer kam da die Werbung man weiß es auch nicht so dann haben wir halt von äh von Vätern und Müttern machen wir halt mit dem das war mein Tipp genau ja das Ehepaar Piff und Ulrich schreiben ihre Tochter an einer elitären Privatschule ein hier erleben sie Eltern seien vom feinsten und zu allem Neuen nehmen sie dieses Jahr auch an der berühmten beliebten Klassenverteil wo sie um einen Platz in der Elterngruppe der Klasse kämpfen müssen doch die Elterngruppe hat eine strenge Rangordnung und die die Eltern auf jeden Fall verteidigen wollen deswegen Jobbeschreibung mal anders oder wie das hieß könnte sein ähm dann läuft ein Animationsfilm Rascal does not dream of a knapsack kid okay eine Anime Verfilmung basieren auf dem neunten Band der japanischen Light Novel Reihe rund um den Schüler Sakuta hab ich noch nie davon gehört ach noch nie ich hab noch ein Drama mit einem Tiger schlafen das ist Porn oder Biopic über die österreichische Malerin Maria Lassnig gespielt von Birgit Minichenmeier es läuft auch noch an 104 ach nee ist in der Doku Entschuldigung Typhoon Club läuft noch an die erste deutsche Kinoausstrahlung des japanischen Dramas von 1985 also es ist wahrscheinlich Best of Cinema oder sowas in 4K-Restaurierung und dann läuft noch so ein Rascal Film an Rascal does the dream of a sister venturing out hm naja okay also Rascal Fans ja die freuen sich im Kino diese Woche auf jeden Fall Rascal does the dream of Fans definitiv dann du hast bestimmt nichts mitbekommen vom deutschen Filmpreis 2024 schätze ich mal oder der war ja ja genau der war das muss man leider so sagen denn wie immer in Deutschland werden solche solche Events so ein bisschen versteckt und wenn sie es mal nach vorne bringen irgendwie im 20.15 Samstagabend Programm dann sind sie meistens scheiße und wenn sie es irgendwo verstecken also das lief irgendwann das fing ich hab es mir auch nur aufgenommen ich hab es nur die Aufzeichnung angeguckt weil das lief ich glaub das begann irgendwie 23 Uhr oder sowas also die trauen sich echt nicht mehr sowas mal ein bisschen wie die Oscars so mal richtig schön und ich mein das ist der wichtigste deutsche Filmpreis und ich hab es mir aufgenommen und es war wirklich gut die Sendung es war toll gemacht es war Jürgen Vogel hat die Moderation gemacht und der hat das richtig gut gemacht der hat das sehr witzig gemacht der hat viele Jokes gebracht ähm hat am Anfang gesagt okay Leute ähm wir ziehen das hier mal nicht so in die Länge wie sonst immer sondern ich starte jetzt hier und da hat er so einen richtig alten schönen kleinen Röhrenfernseher gehabt ich starte jetzt hier meine Videokassette mit dem Film Toni Erdmann hat ja auch mal einen Filmpreis gewonnen für den besten deutschen Film und ähm die ganze Sendung soll nur so lange gehen wie dieser Film und der lief dann halt auch und da wusstest du halt okay Toni Erdmann geht ungefähr so und so lang und das wird dann auch die komplette Sendung sein und das hast du halt auch gemerkt das heißt diese ewig langen Dankesreden die ja immer völlig ungekürzt liefen die wurden halt schon deutlich eingekürzt und ja die Filme die gewonnen haben ähm die kannte ich so gut wie gar nicht also ähm ein paar Sachen ja vom Namen her äh den einen der nominiert war zumindest den durftest du kennen äh die Theorie von allem es gibt halt nicht viele ja deutsche Großproduktionen Theorie von allem kannst du dich erinnern das war dieser ich glaube Schwarz-Weiß-Film der äh den hab ich aber nicht gesehen da war ich nicht im Kino ach so da warst du nicht aber der ist glaube ich verheerend angekommen aber dann ein Film wo immer mal so Ausschnitte gezeigt wurden der hat mich sehr angesprochen der heißt Der Fuchs da geht es irgendwie um den zweiten Weltkrieg wo ähm Soldaten so ein Fuchs äh zuläuft der ihn dann so ein bisschen auch durch die ganzen Wirren des Krieges mit also da sahen die Ausschnitte sehr sehr gut aus den muss ich unbedingt sehen da hab ich schon auch eine Frage Erik hm was sagt denn der Fuchs hm den lass ich mal so stehen ähm dann ein Film der gewonnen hat als bester Spielfilm der heißt Sterben ähm mit Lars Eidinger und Corinna Haafrisch den werd ich mir aus persönlichen Gründen jetzt erstmal nicht anschauen aber der sieht sehr sehr gut aus ähm wie gesagt der Fuchs hat den silbernen äh silbernen Filmpreis gewonnen und den dritten also die Bronze hat im toten Winkel gewonnen und der sah auch sehr gut aus also die sahen eigentlich alle sehr gut aus beste Dokumentarfilm ist sieben Winter in Teheran äh bester Kinderfilm hat gewonnen Sieger sein den hatten wir glaube ich hier mal erwähnt bei den Neustarts wo es um diese Mädchen Fußballmannschaft geht wo so ein paar äh Flüchtlingskinder aus Iran glaube ich oder aus Syrien da mitspielen wollen die aber eigentlich von ihren Eltern aus gar nicht Fußball spielen sollen weil sie Moslems sind und so weiter kann sich erinnern ähm hat gewonnen gegen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen also ich hätte es beiden auch gegönnt ähm Sieger sein hat halt gewonnen weil es auch eine stärkere politische Botschaft hat und ja ähm weibliche Hauptrolle hat gewonnen Corinna Harfusch Harfusch für Sterben und ähm Simon Mors Morssee für der Fuchs und deswegen ja insgesamt schöne Sendung ich habe sie mir komplett angeschaut man kann sie bestimmt auch irgendwo in der irgendwo noch schauen hier bei äh in der Mediathek in achso ein was hier noch ähm einen Film hatten wir sogar in der Sneak Preview nämlich The Dive du kannst dich vielleicht erinnern wo die zwei jungen Frauen ja da runter getaucht sind ja ähm der hat gewonnen für die beste Tongestaltung und wenn man der ganze Film war jetzt nicht so ganz so gut sag ich mal war okay aber der Ton war schon der Hammer also das haben sie ja nicht wirklich alles unter Wasser und so weiter ne und da halt so diesen Eindruck zu erwecken diese diese bedrückende Stille unter Wasser dieses Blubbern und alles und in der Höhle und so das war schon echt gut gemacht also Tongestaltung schon gut und ja ich scroll gerade hier so ein bisschen durch ich werde es mal mit verlinken äh Besucher stärkster Film genau die haben jetzt auch so eine Art Publikumspreis den sie mit äh ja verlosen nicht verlosen eigentlich der wird ja nicht verlost sondern der wird ja ausgezeichnet sagen wir es so ähm denn der Besucher stärkste Film der ist ja jetzt da ist jetzt keine Jury dahinter sondern das sind ja einfach Zahlen was denkst du was war der Besucher stärkste deutsche Film im vergangenen Jahr äh da lief schon Teil noch nicht aber es war bestimmt auch so ein komisches ah ne ich sag mal so denk mal in Richtung Kinderfilm ah dann war es vielleicht Checker Tobi denk mal so in Richtung äh basierend auf einem Hörspiel gab es ein Drei-Frage-Zeichen-Film genau die Drei-Frage-Zeichen-Erbe des Drachen ähm naja Drei-Frage-Zeichen-Film natürlich klar ist der Besucher stärkste deutsche Film und nie was anderes behauptet fand ich gut ähm dass ein Kinderfilm jetzt nicht irgend so ein so eine Klamotte wie jetzt Chantal oder sowas äh ich finde es natürlich prinzipiell gut dass deutsche Filme auch viele Besucher ziehen das ist immer gut für die für die deutsche Filmlandschaft weil das führt ja auch dazu dass dann auch ähm andere die ja die nicht so ein großes Budget haben dann auch über Filmförderung was abbekommen deswegen alles gut ich werde mir auf jeden Fall beim nächsten Mal wenn das nicht wieder mitten in der Nacht läuft werde ich mir den auch äh anschauen und das hat mich jetzt wieder ein bisschen versöhnt mit dem deutschen Filmpreis und ja lieber ARD versteckt das nicht irgendwo im Nachtprogramm das hat es nicht nötig das kann man wirklich ähm zumal das ja auch live war ich meine wenn du sagst 23 Uhr beginnst die Leute die da drin sitzen na gut ähm oder war es vielleicht gar nicht live ich weiß gar nicht dann macht es live was soll das live vom Tape was soll das ja also Empfehlung okay und jetzt gehen wir mal in den Bereich Heimkino Heimkino was war das denn das war der Drumroll achso ja sehr schön ja Heimkino äh wenn wir es ja tatsächlich hauptsächlich ich mal wieder nicht ins Kino geschafft habe freue ich mich natürlich dass das Filme jetzt auch äh relativ früh sag ich mal schon ins Heimkino kommen so auch Ghostbusters The Frozen Empire wo wir den Trailer gesehen hatten und gesagt haben boah scheiße den sollten wir glaube ich sehen weil der Trailer sieht schon richtig mächtig aus ähm ja danke Erik ne ich muss doch reichen ich hab noch ein bisschen belegten Hals von gestern es ist die die Fortsetzung von dem letzten Ghostbusters wie hieß er Resurrection oder äh puh ja wir sind ja voll informiert gerade ja wir sind total informiert ist egal auf jeden Fall die die neuen Ghostbusters und McKenna Grace sind wieder da Finn Wolfhard Legacy Legacy kann auch sein und natürlich Paul Rudd Afterlife sind wieder da äh Afterlife Afterlife ja der hatte doch zwei Namen einmal im Deutschen ähm ich rate nur sind auf jeden Fall wieder in New York unterwegs in der traditionellen Feuerwache machen da ihr Ding wie es halt Geisterheer so gerne machen äh bisschen chaotisch alles aber immer mit dem guten Willen dahinter ein bisschen ja ein bisschen mehr kaputt wie vielleicht sein müsste und geraten dann natürlich wieder mal ähm mit dem haben Bürgermeister der Stadt aneinander gespielt von ach Gott äh William Atherton und der sagt dann quasi so ja hier ich will euch weg haben weil der war schon in den 80er Jahren war der Bürgermeister und war gegen die Geisterjäger irgendwie und das wehnt uns ganz zurück das war so ein klassischer Handlungsstrang mit aufgenommen wieder und das heißt auf jeden Fall man hat man hat schon diesen Gegenspieler schon da in der Stadt direkt das größte ist eine große Problem das andere große Problem ist dann Nadim Razma Gott wie hieß er Razma was weiß ich was gespielt von Kumail Nanjiani der eine mysteriöse Kugel abgibt bei Dr 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 Raymond Stenson Dan Akroyd Dan Akroyd ja der hat so einen kleinen Trödelladen ein traditioneller Geisterjäger ist auch dabei wie übrigens Ernie Hudson auch als Sedmore und Bill Murray ist auch dabei als Peter Venkman also die traditionellen Geister die richtigen originalen Geisterjäger sind auch nochmal mit dabei und in dieser Kugel ist eben das pure Böse gefangen das sich dann ein wenig befreien kann mehr oder weniger über einen zusätzlichen Geist nämlich Melody gespielt von Emily Alan Lind die so ein bisschen mit Phoebe anbandelt da weiß man auch nicht genau ist es Freundschaft ist es mehr muss ein bisschen ja offen und im Endeffekt arbeitet dieser böse Geist der daraus kommt mit der Kälte diese Kälte die tödliche Kälte dieser Schauer der einem über den Rücken läuft wenn man wenn man Angst hat also arbeitet mit Angst und daraus ergibt sich auch die Kraft von diesem Geist ganz spezielles Ding und unglaublich mächtig und aus der was weiß ich grauen Frohzeit und 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 das ist so quasi der Obermotz in diesem Film der Top Gegner inklusive dann noch so so kleinen neuen Geistern der eine wo alles nicht Lebende besetzen kann und Leben verwendeln kann Slimer ist dabei und 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 ganz viel klassisches Zeug ist dabei und wie es tatsächlich auch bei so einem klassischen Film ist muss ich sagen ähm ist es genau auch das ziemlich bisschen schwach auf der Brust was die Story angeht jetzt weiß ich nur der Erik hat der auch statt im Vorfeld schon mal gesagt so äh ja er sagt noch nichts dazu er will mal mein Urteil wissen mein Urteil ich wollte dich nicht irgendwie beeinflussen ja ja aber mein Urteil ist tatsächlich dass ich den Film mag aber er relativ dünn von der Story ist das schon ein bisschen zusammenklappuscht sieht aussieht so er versprüht nicht mehr ganz den Charme vom ersten ähm und kommt ein wenig holprig und teilweise ein bisschen gewollt daher und das fand ich super schade da kann ich dir nur voll und ganz recht geben ich finde auch den den ja den oberböse bösewichtgeist hier ähm ich finde den finde den nicht passend sagen wir es so weil bei bei Ghostbusters es war immer irgendwie so so ein bisschen noch mit so einem Augenzwingern der weißt du so selbst wenn irgendwie so ganz ganz böse das war immer so dass du gesagt hast ja weißt du du kannst da kannst es mit dem Kind gucken und das hat immer irgendwie noch so ein bisschen leichtes Augenzwingern wenn da so der große Marshmallow man da durch weißt du wie ich meine und das hier war einfach so ein absolut böses ding also das war so ja es war hat sich nicht passend angefühlt für für Ghostbusters und ich glaube es ist ein Regie-Ding weil der der junge Mann der hier Regie geführt hat Jill Kinnon der hat ja vorher zum Beispiel in der Scream Fernsehserie hat er mal Regie geführt bei einer Folge der hat bei dieser unsäglichen Neuauflage von Poltergeist 2015 2015 Regie geführt bei City of Ember das war auch so ein Gruselding bei Monster House das war auch so ein relativ schlechter Gruselfilm so ein mit so Animationen ich glaube der hat nicht so dieses Flair von Ghostbusters irgendwie zu fassen bekommen der hat halt dann irgendwie der kippt dann der Film speziell im letzten Drittel kippt der Film für mich so ein bisschen ab wo man dann sagt ach komm jetzt könnte es auch langsam vorbei sein die lustigen Szenen sind vorbei jetzt haben sie da diesen Grusel und ja da waren noch so ein paar Referenzen ja was weiß ich wenn dann Bill Murray die alte Frau nochmal sieht in der Bibliothek und so ja das war Dan Aykroyd ja Entschuldigung Bill Murray stellt lustige Fragen und wirft Stifte ins Gesicht das fand ich selber sehr witzig und ja das war dann irgendwie es hat sich auch so ein bisschen weird angefühlt dass jetzt auf einmal da haben sie auf einmal so ein großes Zentrum wo sie jetzt da die Geister einsperren und so weiter es ist nicht mehr nur die Geisterjäger zentral plötzlich auf einmal gibt es das und das ist schon längst da und schon seit Jahren weißt du es fühlt sich so ein bisschen an als hätten sie diese ganze Story so ein bisschen korrumpiert damit auch so deswegen ich bin da wirklich hin und her gerissen also es waren schöne Szenen drin aber dann auch wieder relativ miese Szenen deswegen wollte ich dich erstmal nicht beeinflussen weil ich weiß ja dass du extremer Fan bist von dem Ganzen dachte ich mir okay wenn ich jetzt ein bisschen zu negativ dann achtest du vielleicht zu sehr auf die negativen Sachen die dich stören und hast vielleicht nicht so viel Spaß dran und findest vielleicht deswegen aber ich glaube du siehst es ähnlich ja es ist einfach viel Potenzial einfach liegen lassen ich fand auch McKenna Grace nicht mehr so charmant wie beim letzten Film also klar es kommen neue Probleme jetzt dieses Teenager Ding und Trevor oh ich bin 18 okay haben wir kapiert du bist 18 danke ja und dieses so wir sind jetzt eine Familie und dann doch nicht weiß nicht es ist einfach einfach schade ich fand das mit dem den Bösewicht fand ich jetzt gar nicht mal so wild ich fand den ganz cool eigentlich auch auch die Idee dahinter nur ich weiß nicht irgendwas hat so mich hat Kumail Nanjiani genervt ja stimmt warum sie den jetzt unbedingt noch ja gut damit ein bisschen mehr Comedy reinkommt ne ja war es halt nicht ich fand Celeste O'Connor als Lucky die mussten sie auch wieder mit reinnehmen warum auch immer nur ich dachte du machst ein Praktikum ja ich wusste nicht dass es hier ist Podcast also Logan Kim der war auch viel viel charmanter im ersten Film auch komplett den Charme irgendwie verloren weiß auch nicht ja ich glaube Regie und Drehbuch ist einfach hier weil die die Darsteller an sich waren es eigentlich nicht weil die waren ja in dem vorherigen Film schon ziemlich gut es war halt Regie und Drehbuch hat halt wirklich geklemmt und beim Drehbuch hat halt auch Jill Kinnon der Regie geführt hat mitgearbeitet und ja gut Ivan Jason Reitman Ivan Reitman haben Credits fürs Drehbuch aber ja ich glaube ich will jetzt kein Name-Bashing machen aber ich glaube Jill Kinnon war die falsche Wahl für das Ganze für Drehbuch und Regie ich glaube auch der ist vielleicht eher so bei ja richtig gruseligen Sachen zu Hause ich meine der hat bei Legacy hat er am Drehbuch mitgeschrieben beim vorhergehenden Film aber hier jetzt da die Regie zu übernehmen ich weiß nicht war wahrscheinlich ein bisschen zu viel ja schade also von mir bekommt er leider auch nur sechs Punkte ja tatsächlich also ich überlege noch die ganze Zeit aber es ist halt ja trotz allem ist es ein Großteil ich gebe ihm 6,5 dann bin ich ein bisschen besser wie du noch aber aber ja leider 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 also fand ich sehr sehr schade ich fand auch Setmore ein bisschen nervig muss ich auch noch dazu sagen also wenn ich wirklich einfach genial fand war Peter Wegman ja es hatte es ist so hin und her gerissen er hat so coole Szenen gehabt und mit Slimer dann und ach ja mit diesem anderen der dann so Sachen in Besitz nehmen kann das war eigentlich sehr sehr cool die Zutaten waren gut aber der Kuchen der dann rausgekommen ist der schmeckt nicht so richtig ja das ist schön gesagt ja ne finde ich auch ist mir gerade eingefallen das ist immer oder so wie habe ich das auch so schön gesagt du hast das habe ich das habe ich in einem anderen Podcast gesagt du hast alles für eine richtig geile Pizza du hast einen Top-Boden du hast eine richtig geile Tomatensoße du hast den besten Käse und alles und tust alles auf die Pizza aber vergisst den Ofen anzumachen kannst du dann auch nicht mehr retten das ist ja der größte Fail dann vergisst den Ofen anzumachen ja ja okay dann weiter im Heimkino ich muss hier ein bisschen was aufarbeiten ich phase mich kurz liebe HörerInnen ich habe Moment 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 wenn du dich kurz fasst soll ich dir eine Minute geben ne 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 ja ne ich will mich nicht so das schaffst du nicht nicht so unter Druck setzen ja würde ich schon schaffen aber es geht um Cube oder der Originaltitel von dem Film heißt Cube Ichido Haitaras Saigo denn das ist ein japanisches Remake Reboot von Cube was ja durchaus jedem bekannt sein dürfte der Film wer Cube nicht kennt Shame on You schaut den unbedingt nach meine Schattenredaktion kann gerne mal nachschauen bei wer streamt es wo man das tun kann und in Cube in der in dem japanischen Remake es gab glaube ich schon mal 2011 irgendwie ein japanisches aber vielleicht war das irgendwas anderes das ist jetzt von 2021 hier ist halt mehr oder weniger ein ein Remake Drehbuchcredit hat auch Vincenzo Natali der ja auch den Original Cube gemacht hat und es ist aber nicht einfach nur ein ein absolut werkgetreues Remake sondern es ist halt ein bisschen anders also wer den Originalfilm kennt kann den hier auch schauen ich liebe den Originalfilm den Original Cube das Setting ist folgendes jemand erwacht in einem Würfelraum und jeder Würfelraum wenn man sich es vorstellt wie ein wie ein normaler Spielwürfel stellt euch eine Nummer 6 vor auf dem Spielwürfel dann sind ja die Punkte die Punkte so 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 und quasi in dem mittleren dritten Punkt in dem mittleren Punkt von der 6 da ist immer jeweils eine Tür also quasi in jeder Richtung nach oben zu allen Seiten und nach unten und da kommst du in den nächsten Raum rein der auch wieder so ein Würfel ist und du weißt aber nicht was dich erwartet es können Fallen sein es können es kann sein dass der Raum relativ safe ist aber eigentlich ist in jedem Raum irgendeine Falle ist nur die Frage wie du damit umgehst und ja jemand erwacht und es kommt jemand dazu und irgendwann kommen dann noch weitere dazu sodass sich dann halt so ein kleines Grüppchen bildet natürlich sterben auch immer wieder welche durch irgendwelche Fallen und sie versuchen halt keiner jeder hat die Erinnerung verloren oder weiß nicht mehr wie er überhaupt da hingekommen ist und sie versuchen halt da irgendwie rauszukommen immer von einem Raum in den nächsten und es gibt auch so Hinweise wie man vielleicht einen sicheren Weg findet und so und das japanische Remake war okay sag ich mal es hat mich jetzt nicht so der Original Cube der ist ja auch schon viele Jahre alt der hat mich damals wirklich umgehauen der war jetzt okay und was mich am meisten gestört hat war diese unsägliche Synchronisation die lag teilweise neben den Lippen also es hat sich so komisch angefühlt als wäre der Film ja es wäre irgendwie Film und Tonspur manchmal verrutscht und dann hat es aber wieder gepasst und so es war einfach schlecht es hingeschludert und ich meine mein Japanisch ist nicht so fit dass ich sagen kann ich gucke es im Original oder so ähm ja ich fand es okay ich sehe da ein Feld der Verbesserung bei dir ja Room for Improvement hast du mittlerweile rausgefunden wo der Original Cube läuft welchen Streaming das läuft merke ich schon ich gucke selber Mystery Thriller 1997 ähm den gibt es bei Freewee und bei Join gibt es den gratis im Angebot und bei MGM Plus wenn der einen Prime Video Channel hat und bei Plex bei allen anderen kostet der ein bisschen Geld ist aber glaube ich auch ja gut bei Freewee das ist ja Amazon äh da kann man den halt mit Werbung gucken geht glaube ich auch würde ich jedem empfehlen mal den Original Cube zu gucken das Setting ist echt cool und ähm macht Spaß und hat der Originalfilm macht mir immer mehr Spaß als das Japan Remake also das Japan Remake für mich war es leider nur Durchschnitt war eine 5 wahrscheinlich auch wegen der Synchro ähm okay und dann noch nur wirklich drei Worte ne ich brauche vier ich brauche vier Worte zu Rebel Moon Part 2 auf Netflix ach ist der scheiße also ich habe ja letztens ähm ich habe ja letztens äh über Godzilla hier diesen Godzilla Kong Film äh habe ich gesagt das war der dümmste Film den ich dieses Jahr gesehen habe ich muss mich korrigieren also Rebel Moon Part 2 ist der absolut dümmste Film den ich dieses Jahr gesehen habe heilige Scheiße ist das ein dummer Film also das stimmt ja gar nichts das ist ja so furchtbar es ist einfach nur furchtbar den anzuschauen äh es ist wie so ein äh wie so ein Autounfall wie so ein Trainwreck ja du guckst zu denkst um Himmels Willen was ist denn hier passiert wie wie konnte das passieren ja und du guckst zu und denkst ne also irgendwann im Laufe dieser Dreharbeiten für diesen zweieinhalb drei Stunden Film muss doch mal irgendjemand gesagt haben ey Leute sag mal sind wir bescheuert warum machen wir das sowas also was ach und dann dann haben sie noch so Szenen reingebracht weil natürlich die ganzen Figuren sind ja alle völlig farblos die da äh zusammen also vielleicht sollte ich mal ganz kurz äh wo ich mein äh Rebel Moon Part 1 ging ja mehr oder weniger darum so die Geschichte von den glorreichen Sieben bloß dass das hier im Weltall spielt und ähm ein kleines ein kleines Dorf ähm möchte sich dem Imperium äh was hier anders heißt ich äh komme durcheinander wegen den vielen abgeklopferten Sachen ähm möchte sich dem Imperium widersetzen und das Imperium möchte halt äh erpresst halt Getreide von denen von dem Dorf und natürlich äh in der fernen Zukunft wir fliegen zwar zu anderen Galaxien und haben vielleicht Replikatoren und sonst wo aber wir brauchen immer noch Getreide ja egal äh deswegen müssen wir kleine Völker unterjochen auf kleinen Monden oder kleinen Planeten die dann uns Getreide liefern weil ansonsten ist das ganze Imperium am Arsch wenn die ihr Getreide nicht kriegen ne ganz klar ähm egal und dann hat das kleine Dorf um Hilfe gerufen und hat halt so eine kleine Truppe zusammengeholt von ein paar Leuten die dann äh die fit machen sollen für den Kampf gegen das Imperium so wirklich die Geschichte von den glorreichen Sieben das war der erste Teil der erste Teil war die Suche nach den Personen die dem Dorf helfen sollen und jetzt im zweiten Teil wurde ja angekündigt schon als ja jetzt kommt der große Kampf jetzt kämpft kämpfen die Gegend sie haben auch gekämpft also es wurde nicht zu viel versprochen aber also da hat ja gar nichts gestimmt und dadurch dass die im ersten Teil wo die Personen gefunden wurden die gegen das Imperium kämpfen dadurch dass die alle farblos geblieben sind völlig also der zweite Teil begann ich wusste noch nicht mal mehr wie die Namen waren von den Leuten ja also so wenig hat man sich die gemerkt und äh nee und dann ach dann gab es noch so eine unsägliche Szene wo sie noch den versucht haben den den Personen noch Tiefe zu geben ja wo jeder noch aus seiner Vergangenheit was erzählt du hast genau gemerkt ah ok da habt ihr gemerkt dass ihr vielleicht doch was reinbringen müsst bevor die alle sterben nicht dass jemand sagt ja wer wer war das jetzt gerade der da gestorben ist der war völlig unwichtig ne und so ach so eine unsägliche Szene Hilfe und das wird sich alles so durch das ist so wie wenn jemand irgendwie ein schlechten was schlechtes erzählt und es nimmt kein Ende und es nimmt kein Ende oh hör doch endlich auf hör doch endlich auf und das ist einfach so schlecht ah und das Schlimme ist am Ende von von Part 2 gibt es noch so ne so ne so ein Indiz das eventuell noch weitergehen könnte haha nein 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 hei hei ach Mensch was ein Scheiß ey was ein Scheiß also ich weiß gar nicht was hab ich in Godzilla vs. Kong gegeben weiß das noch jemand außer mir ich hab's vergessen ich muss auf jeden Fall hier drunter gehen vom hier hier war's doch die 810 Chris hast du eigentlich da mal irgendwo reingeschaut in Teil 1 oder 2 oder so äh nachdem sowohl Kate als auch du so unglaublich begeistert davon wart nö ok ich hab geguckt ich hab Godzilla vs. Kong hab ich zwei Punkte gegeben ich geb mal hier einen Punkt ja das ist wirklich so ein Verkehrsunfall das ist es ist einfach auf so hohem Niveau auch das ist ja das Schlimme also wenn's da jetzt irgend so ein kleiner Indie-Film ist wo da ein bisschen was daneben geht ok aber aber hier bei so einer Produktion wo du merkst da war so viel Geld da da waren so viele Personen involviert der Abspann dauert irgendwie gefühlt eine halbe Stunde also naja nee 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 so war ja jetzt schon die Zeit etwas vorangeschritten ist und Kate auch immer noch nicht da ist lass ich mal die Serien außen vor weil ich weiß die Kate hat glaube ich die eine Serie auch gesehen ähm dann geh ich nur mal in den Bereich Sonstiges damit ich hier einen Trenner hab ich wollte noch mal ich hab's ja letztes Mal schon angekündigt aber ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen mein lieber Kumpel Matt und ich wir haben so ein bisschen rumgeschraubt an der neuen Webseite Matt Damon nein M-A-D genau schöne Grüße und falls jemand ein Hosting sucht www.madmindworks.de mit D madmindworks kann gerne mal hinschauen äh was er da so anbietet und ähm genau der hat mir auch geholfen jetzt bei der Umprogrammierung von der neuen Webseite wir werden ein neues Theme haben was auch kompatibel ist mit dem ganzen neuen PHP was da alles mit dran hängt und Podlove und Updates Required und hast du nicht gesehen das kommt dann alles und die Umstellung wenn's jetzt zeitmäßig passt am Montag ist ja Feiertag ich hab frei vielleicht wird's jetzt dieses Wochenende passieren äh nur noch mal der Hinweis wundert euch bitte nicht ähm und seid mir nicht böse wenn vielleicht aus Versehen vielleicht Podhost äh Podlove das irgendwie nochmal neu raushaut die die letzten Podcasts also weil ich hab ja im Feed glaub ich immer die letzten 30 Sendungen ähm die da auf jeden Fall im Feed immer drin gelandet sind nicht dass der das nochmal neu triggert und lädt bei euch die letzten 30 Sendungen nochmal also seid nicht böse und guckt wenn ihr jetzt im Ausland seid und hört äh und ladet euch die neuen Folgen über übers Funknetz oder so dann seid gewarnt ja äh guckt da vielleicht mal und drückt dann auf Pause beim Synchronisieren oder geht ins nächste WLAN ähm ja ich weiß nur beim letzten Mal als wir was gemacht haben da hat es das nochmal getriggert und so deswegen möchte ich es einfach nur mal sagen seid nicht böse und dann guckt ruhig mal wenn die Ankündigung kommt also folgt mir am besten auf Twitter Instagram und überall ähm ich werde es dann mal raushauen Threads genau Threads auch äh ich werde es dann raushauen wenn die neue Seite online ist guckt da ruhig mal drauf und schaut mal ob das bei euch auf dem alten Nokia läuft äh mit mit WAP und so oder wenn ob es da Fehler gibt oder was weiß ich wenn ihr diverse Mobilgeräte habt das ist eigentlich immer am interessantesten dass es auf dem Desktop läuft das kann ich testen hier da habe ich verschiedene Systeme sogar ein Linux hier und so weiter und ein Apple das kann ich überall testen aber diverse Mobilgeräte da gibt es ja speziell im Android Bereich so viele verschiedene du hast nicht alle mobilen Endgeräte zu Hause nee ich habe nur diverse da möchte ich mal einen Spendenaufruf starten nein einfach sagt einfach Bescheid wenn es irgendwo Probleme gibt auf irgendeinem kuriosen Android Gerät oder so mit irgendeinem kuriosen also wenn ihr irgendwelche alten Handys habt schickt sie bitte an nein einfach kurz Bescheid sagen hier da geht das und das nicht oder so dann gucken wir mal ob wir es irgendwie fixen können wir versuchen auf jeden Fall die neue Webseite Mobile First zu machen das ist ja jetzt auch so ein Ding ähm das ging bei der alten nicht so richtig wegen dem veralteten Template äh bei der neuen geht es auf jeden Fall und ähm genau deswegen ruhig Bescheid sagen wenn das auf eurem Mobil-Endgerät nicht läuft das war eigentlich das dazu achso Musik-Tipp genau ähm hattest du was? darauf war ich jetzt nicht vorbereitet ich wusste eigentlich müssten wir sogar zwei machen weil wir ja letzte Woche keins hatten dann lass mich erstmal kurz labern ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher was ich nehmen soll denn gestern im Stadion wurde ein Lied gespielt äh das hatte sich ein bestimmter Spieler ausgesucht und also eigentlich wollte ich nehmen von den Toten Hosen Bayern das ist jetzt mit Tiamo gleich ums Eck genau oh Gott Howard Carpendale Howard Carpendale weil das hat das ganze Stadion gesungen äh und das packe ich auf unsere Playliste das muss heute drauf als Vizemeister und nach der Feier gestern muss Howard Carpendale Tiamo drauf und nicht von den Toten Hosen Bayern äh das kommt vielleicht dann nächste Woche es gibt doch hier noch Nobber und die Feiglinge Bayern hat verloren das ist auch sehr schön kannst du gerne draufpacken wenn du möchtest durch München weht ein kalter Wind nein äh wenn wir sowas machen dann ähm hätte ich gerne von Youngblood äh I Was Made For Loving You und zwar aus dem vom Soundtrack von The Fall Guy Youngblood ja mit Y Jungblut mit U ah hier From The Fall Guy ich hab's ich hab's gefunden da gibt's eine Orchestral Version und eine normale Version eine normale Version also da steht zumindest nichts dabei ich denke mal das ist dann die normale okay ist drauf ist drauf wunderbar kann ich gleich wieder rauslöschen hier und ähm ja dann vielen Dank Chris dass du dich hierher geschleppt hast äh unter unter Drogen ja tatsächlich unter Drogen also genau das wäre jetzt gedacht und quasi auf deinem Toilettenstuhl damit der Durchfall gleich abfließt damit der Durchfall gleich ne ich hab Windeln da das ist ganz schick also erwachsenen Windeln ne nicht mal ich hab einfach acht Stück von der kleinen zusammen gemacht geht auch ja soll ja nichts mehr auslaufen hab ich gehört ne in der Werbung übrigens Profitipp nochmal die Kiloanzahl ist ähm wie viel nicht wie viel die tragen nicht das Füllgewicht sozusagen muss ich auch schmerzhaft lernen aber ja na gut alles klar hätten wir das auch nochmal auf so einer fäkalen Note geendet hier dann lasst euch alle gut gehen da draußen in der Welt lasst ein Like da kommentiert ganz wild auf kinokass.net am besten äh wenn die Seite nicht gerade im Wartungsmodus ist wollen wir die neue Seite launchen wenn die neue Seite gelauncht ist lasst bitte mal ein Kommi da wie sie euch gefällt das wäre auch cool ähm und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder wenn alles läuft ich bin nächste Woche mal in Frankfurt vielleicht wenn da jemand von den Sneakpot Leuten hier zuhört und Zeit hat dann ja bis dann tschüss auf Wiederhören bis bald im Kinocast bis bald已經 bis bald im Jupiter bis bald im bis bald im Ein bis bald im bis bald im bis bald im vor bis bald im so bis bald im